Wir beginnen jetzt auch gleich mit dem ersten Talk. Das ist Klara Landler. Klara ist seit 2016 im Vorstand von der Open Knowledge Foundation Österreich und leitet schon seit 2017 das Open Data Portal bzw. arbeitet im Team mit. Zudem leitet sie jetzt seit 2016 das Data Pioneers. Klara hat also wahnsinnig viel mit offenen Daten zu tun und erzählt aus dieser Praxis und vor allem aus dem Projekt Data Pioneers das Unternehmen den Einstieg in Open Data und Open Innovation erleichtern soll. Das ist ein Pilotprogramm, das 2016 gestartet hat und jetzt ein Dreivierteljahr gelaufen ist. Wir freuen uns zu erfahren, wie es gelaufen ist. Bitte Klara.